Samarium ist ein chemisches Element mit dem Element Symbol SM und der Ordnungszahl 62. Im Periodensystem steht das silbrig glänzende Element in der Gruppe der Lentanoide und zählt damit auch zu den Metallen der seltenen Erden. Samarium ist das erste natürlich vorkommende Element, das nach einer Person benannt wurde. Geschichte Zur Entdeckung des Samariums gibt es in der Literatur mehrere Darstellungen. 1853 wies der Schweizer Jean Charles Galizat de Marignac Samarium spektroskopisch anhand einer scharfen Absorptionslinie im Didymoxid nach. 1879 isolierte der Franzose Paul-Emile Lecoq de Beuys Baudran das Element aus dem Mineral Samarski 35O16. Mineral und Elementbezeichnung leiten sich ab von dem russischen Berginspektor Oberst Samarski bei Kovest der das Mineral entdeckte. 1878 entdeckt der schweizerische Chemiker Marc de la Fontaine Samarium, das er Dezipum nennt im Didymoxid. 1879 entdeckt unabhängig von ihm Paul-Emile Lecoq de Beuys Baudran Samarium. 1881 zeigt der La Fontaine, dass sein isoliertes Element neben Samarium ein weiteres Element enthält. Die unter eins erwähnte spektroskopische Entdeckung von 1853 durch Marignac wurde 1878 von Paul-Emile Lecoq de Beuys Baudran gemacht. 1903 stellte der deutsche Chemiker Wilhelm Mutmann metallisches Samarium durch Elektrolyse her. Vorkommen Samarium wird derzeit fast ausschließlich in China gewonnen. Gediegen kommt elementares Samarium nicht vor. Einige Mineralien wie Monazid, Bastnesid und Samarskit enthalten jedoch das Element. Monazid enthält bis zu 1% Samarium. Gewinnung und Darstellung Ausgehend vom Monazid oder Bastnesid werden seltene Erden über Ionentausch, Solventextraktion oder elektrochemische Deposition aufgetrennt. In einem letzten Verfahrensschritt wird das hochreine Samariumoxid mit metallischem Lantern zum Metall reduziert und absublimiert. Eigenschaften In Luft ist Samarium halbwegs beständig. Es bildet eine passivierende, gelbliche Oxidschicht aus. Metallisch glänzendes Samarium entzündet sich oberhalb von 150 Grad Celsius. Mit Sauerstoff reagiert es zum Sysquioxyd-SM2O3. Mit Wasser reagiert es heftig unter Bildung von Wasserstoff und Samariumhydroxid. Die beständigste Oxidationsstufe ist wie bei allen Lentanoiden plus 3. Samarium kommt in drei Modifikationen vor. Die Umwandlungspunkte liegen bei 734 Grad Celsius und 922 Grad Celsius. SM3 plus Kationen färben wässrige Lösungen gelb. Isotope Es existieren vier stabile und 19 instabile radioaktive Isotope. Die häufigsten natürlichen Isotope sind 152 SM, 154 SM und 147 SM. Verwendung Zusammen mit anderen seltenen Erden für Kohle-Lichtbogenlampen für Filmvorführeranlagen dotieren von Calciumfluorid ein Kristallen für Maser und Laser. Wegen seines großen Wirkungsquerschnitts für thermische und epithermische Neutronen wird Samarium als Neutronenabsorber in nuklearen Anwendungen verwendet. Da SM149 auch als Spaltprodukt entsteht ist es ein unvermeidliches Neutronengift in Kernreaktoren. Samarium-Kobaltmagnete Permanentmagnete aus SMCO5 weisen einen hohen Widerstand gegen Entmagnetisierung auf sowie eine Körzi-Ziefeldstärke von bis zu. Die verbesserte Legierung SM2Q17 ist in der Herstellung aufwendiger, weist aber höhere magnetische Eigenschaften und eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit auf. Verwendung finden Sie in Schrittmotoren für Quarzoren, Antriebsmotoren in Kleinstonbandgeräten, Kopfhörern, Sensoren, Kupplungen in Rührwerken und Festplattenlaufwerken. Als gewichtssparende Magnetwerkstoffe werden Sie auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet. Samarium-Oxid wird optischem Glas zur Absorption von infrarotem Licht zugesetzt. Samarium-Verbindungen nutzt man zur Sensibilisierung von Phosphor bei Bestrahlung mit infrarotem Licht. Als Katalysator Samarium-Oxid katalysiert Dehydrierung und Dehydrierung von Ethanol. In der Medizin wird das Isotop 153 Samarium in Verbindung mit einem Bisphosphonat zur Behandlung von Knochenschmerzen bei Krebserkrankungen eingesetzt. Verbindungen mit Samarium in der weniger günstigen Oxidationsstufe plus 2-Iodid und Samarium-Bromid finden Anwendung in der organischen Synthese. In Verbindung mit dem Radiopharmakon Ethylendiamin-Tetra in der Nuklearmedizin zur Palliativen Therapie von Knochen- und Skeletmetastasen. Verbindungen Samarium-Oxid-SM2O3 Samarium-Fluorid-SMF3 Samarium-Chlorid-SMCl3 Samarium-Bromid-SMBR2 Samarium-Bromid-SMBR3 Samarium-Eodid-SMI2 Samarium-Eodid-SMI3 Samarium-Sulfat-SM23 Samarium-Kobalt-SM2Q7 Samarium-153-Etm Samarium-Fluorid-SMB-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- Vielen Dank.